Hallöchen, Leute, es geht weiter mit Zelda, wow! Zelda, wow! Oh, so ein Spiel, wie ich auch hab. Okay, Rien of Time. Nein, ich will Zelda, wow! Ja, okay, dann ist es jetzt auf heute Zelda, wow. Erstmal gucken, wo ist hier noch eine Kiste. Zelda, wow! Da ist eine. Da und da, okay. Also, Leute, hier nehmen an, immer weiter. Oh, wie komm ich denn hier? Hallo Mann, sagst du mir bitte den Weg, wie ich dahin so komme? Bestimmt nicht durch dich. Da brauchst du auch einen Schlüssel. Du bist... ...dich... Hä? B2 ist auch noch was. B2. Das sind auch noch mal Truhen. Ja, klar, du lebst wieder, oder wie? Willst du mich verarschen? Scheiß Vieh. Okay, erst mal gucken, wie ich alles nennen kann. Oh, das tat weh. Fail. Shit, 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 schläf. Zack, 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 scharf. Tot. Ich hab schon hier in diesem Teil vier Herzen verloren. Oh, oh, das ist schlecht. Ich hab 14. Oh, das ist gut. Oh, das ist schlecht. Ich hab 14, aber. Das ist gut. 14! Oh, mein fucking Gott! Taco. Fuck. Taco? Nein, 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 nein. Ich hab's schon mal geschickt. Äh, dann geh mal anders darunter, nämlich von... Hier durch die goldene Mitte... Nein, nicht zwischen goldene Mitte, ich würd mal sagen... Von hier... Nee, nee, nee. Wir gehen jetzt... Ja, genau. Hallo. Hallo. Hallo, Kronen. Zack, schläf, tot. Aber egal, Leute, das ist nicht so schlimm, wenn wir jetzt hier was länger im Brunnen sind. Los, jetzt beeil dich mal. Und noch ein zweites, bitte. Boah, Digga, scharf, beeil dich mal. Gib mir deine Wunde. Und nochmal das Viehleicht in die Obrunnen. Hey, willst du die Kreuzung von einem Schaf und einem Schwein wissen? Äh, schwarf? Ja. Ich hab sie vorhin zugehört. Schatz. Wieso hörst du mir zu? Äh, ja, weil es noch nimm mir denn jetzt. Ihh. Ihh. Das ist ekelhaft. Da war ich auch schon, ne, auf dieser Seite, welcher ist ich dieses Loch, wo ich jetzt stehe. Ich stehe jetzt da hin zu. Trotzdem bist du ekelhaft. Das ist einfach nicht da, glaube ich, oder? Du bist ekelhaft. Oh man, ich hasse dieses Scheiße hier. Immer durch das falsche Loch. Armes Dominik. Immer durch das falsche Loch. Leute, ich mach jetzt gerade sofort Abspock-Mode. Nyaaau. Es sieht jetzt für euch für mich auch nicht aus, wie der Back. Zack, zack, zack. Ich glaub, sieh, das redet mein kleiner Bruder an uns. Geil, ich hasse ihn jetzt. Wie, dass er das gehört hat. Hat er, ist mir egal. Geschwisterliebe. Nyaaau. Geschwisterliebe. For the win. Ha, ich bin einzig, ihr Loser. Bye. Nein. Aua, hier ist Ruhe. Oh ja, man hört ihn nur schön. Och man. Du musst ja immer ins Skype-Konfi gehen, wenn ich am Aufnehmen bin. Das macht er absichtlich. Wo bin ich jetzt? Also man hört nur ihn nur schön. Gibt's. Gibt's. So, warte, ich brauche zwei Eimer nicht. Okay, versuche ich erst mit Dienstfeuer entfernen, die gibt's zu tun. Nein, du hast es gesehen, verdammt, fick dich. Und zack. Da. No, 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 no. Nein. Fuck. Ich habe die Säge beöffnet. Damn it. Oh oh. Hilfe. Ja. Na klar, stoppt mich bei Dienstfeuerentfernen, ist auch alles möglich. Viel Spaß beim Obkratzen. Nein, ich hab schon wieder einen Sack geöffnet, verdammt. Wieder ein bisschen, die Mäuse. Irgendem Sack. War ein Schlüssel. Nein, mein Schild! Oh, oh. Du tust mir leid. Racht für mein Schild wird es genommen, auf 100%. Auah. Du tust mir so unendlich leid. Mein Schild. Du musst es rechnen. Ich will mein Schild wieder haben. Und besonders du Scheiß, gib doch bis jetzt tot. Bam. Jetzt hast du noch einen Sack geöffnet. Bist du blöd. Nein, ich hab den letzten Gipto getürtet. Heißen die echt Gipto? Ja. Die heißen echt Gipto? Doch, die Mumien, aus meiner Sicht, waren das. Ja. Okay, jetzt haben wir den weiteren Schlüssel. Jetzt können wir endlich weiter. Du, 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 du. Ich will trotzdem mein Schild wieder. Ich will mein Schild wieder. Ich will mein Schild wieder. Ich weiß, damit Link nicht so nackt ist, ohne Schild, ziehe ich in das hileanische Schild an. Obwohl ohne Schild ist er schneller, egal. Echt, der ist auch so ein Schild schneller? Ohne Schild läuft, der ist ein Link schneller. Echt? Ja. Wiss ich gar nicht. Leute, jetzt haben wir tatsächlich zwei Parts im Brunnen verbracht. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Es kommen so voll die Haters, ne? Boah, voll Weltuntergang, ne? Sure. Ihr Feuerfliedermäuse schon wieder? Yay. Nochmal Rache für ein Deku-Schild. Da ein Motherfucker, da ein Motherfucker. Gäste da? Fuck, da ein Motherfucker, da ein Motherfucker, da ein Motherfucker. Okay, hier muss ich aufpassen, dass ich in keinster Löcher trete. Ihhh, Löcher. Bodenlöcher. Ich denk nicht pervers, nein. Okay, aufpassen. Können Sie nämlich böse enden. Deswegen öffnen wir jetzt hier die Truhe. Da, 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 da. Ein Deku-Schild! Ah! Was für ein Zufall. Das war jetzt echt Zufall. Ich wusste das gar nicht. Ich auch nicht. Nein, du lässt mein hileanisches Schild in Ruhe. Das ist mein Schwert in Ruhe, Digga. Ich glaub, was wird. Geil. So, getötet. Dann kommt das Geld. Okay, jetzt noch mal den Boomerang so auspacken. Oh, it's geld. Goin, goin. Kling, 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 kling. Die goldene Skalte. Ich glaub, hier gab's eh nur zwei goldene Skalte da drin. Mal gucken, ob das jetzt alle im Grund waren. Ja, hab alle im Grund. Cool. Erstmal, dass wir die Truhe hier öffnen. Ich fähre jetzt hier raus. Neeeee! Was, du wirst mich beim Klettern aufhalten, oder wie? Alles klar. Der Zombie wollte mich beim Klettern aufhalten. Er ist böse. Das böse. Nicht nur er. Das böse. Was? Das böse. Es ist böse, das ist im Busch. Okay, jetzt verlassen wir den gottverdammten Brunnen endlich. Ich schneide Ihnen jede beliebige Figur in Ihres Busch. Oh, schade, wir haben uns gestern erst rasiert. Das ist so idiotisch. Jetzt kann ich mal ein schönes Dekoschild wieder anlegen. Yay. Freude kommt auf, Notz. Doch, hab mein Dekoschild vergerechnet und hab's wiederbekommen. Ich musste kein Geld ausgeben. Ding, ding. Mehr Rubine für mich. Ding, ding. Ding, ding. Ding, 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 ding. Tschüss, Brunnen. Ich werde ich nie wieder betreten. Never ever. Ja, ich bin jetzt froh, dass ich hier zum Grund schon mal zu 100% abgeschlossen habe, im Grund. Hättest du, der fehlt da so eine... Nein, nein, nein. Das ist Goldstuhl oder so? Fehlt mir nicht auf der Karte, taucht dir dann immer die Sk unveiledWithout immer zu bestehen. Oder dich das Herzsheil noch dranken? Ich hab doch hier die Lösung, ich weiß wohlPr позволяет sein, der Herkriege. Uh, er hat die Lösungen. Uh, uh. Uu, er braucht die Lösungen. Duu, uu ... Demz, dent. Dec auch Drást, okay. Domentik ist douu. Ich sag, nur du bei deinen Twilight Princess. Hab ich noch gar nicht benutzt, ja also so leise. weil ich erst wenn ich die herzteile alle suchen sie könnte man schon mal bei die wieder zwei prinzen aufnehmen hier hat die bei mir zu retten jetzt gehen wir erst mal wir haben keine auch aber ja ich will sagen ich bin jetzt hier erst mal so ein paar also bis zum nächsten Mal tschüss